so halli hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge ja genau ich bin euer falk und mit dabei habe ich wieder den jan luka moin moin und der felix ist auch wieder dabei abend und wir haben einen neuling dabei so ja heute gehen wir wieder auf die jagd und wir hoffen dass wir natürlich wieder wie beim letzten mal auch was fangen und das hoffentlich nicht zu lange dauert bis wir was gefangen haben und jo wer wangst was labert die alte denn da jetzt wachse kann ich das weg ich so was machst du da mit dem feuer er will seine scheiße wärmen dann würde ich sagen wer geht voran wie jetzt hier tier 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 das ist ja gleich hinterher los zack zack die gebratene kacke will ich auch haben wir hoffen dass wir heute den dammhirsch kriegen beim letzten mal haben wir es in der aufnahme nicht geschafft den zu schießen aber danach aber danach komischerweise aber auch nur durch zufangen weil er mich umkrankt hat so also ja ja nico machte ausmöglichen nico willst du hin doch nur steilung war hier hinten der war hier hinten der war hier hinten du musst die ich meine dass er in der richtung ja hier ja wir verteilen und wir laufen breit luca lauf du rechts außen recht von mir machen dass jeder zu dem nächsten 20 meter zirka hat so ich hoffe dass es euch allen gut geht zu meinen lieben zuschauer und wenn dann tier kommt es denkt sich auch junge was läuft da das ding ist wenn ich jetzt einmal schieße muss sitzen ja nico auf zu sprinten wo ist denn hier die spur hier muss doch schon irgendwo die spur sein ja was weiß ich wenn er nur mal schreit wissen wo er ist der ist bei lucas brinde bitte nicht dabei ist sie direkt von mir und folgt ja wir haben ja oben irgendwo mitten im wald ich habe die spur die große aber sobald du irgendwas sie schon das so sagt sofort bescheid also ich sehe die spur und falls sie sieht weil sie nicht ich habe das ist hier also hier ja dann ist ja wahrscheinlich hier ja der ist hier unten aus dem wald raus hier oben hier oben hat er gerufen so hier scheiße dann hier sehr frisch alter wie erschreckt wieder nicht so bald pass auf das ist irgendwo links von uns ja ich habe es kurz gesehen deswegen habe ich direkt schossen wahrscheinlich du hast du nicht wo ist es ja hier ist hier bei mir hier ja wo ist hier wo ich ich weiß gar nicht wo du bist irgendwo ich stehe da ist auch da ist es auch hingelaufen dass andere tier da mir irgendwo bei luka und runter also bei mir hier in der richtung ja nico wir zu gehen wieder darunter das ist hier hoch oder was da mir gefunden leute hoch sagt das doch mensch ja sorry ja leute wir wollen den dammhirsch heute kriegen hier das nützt alles nix wir wollen den dammhirsch kriegen auf was schieß ich rät ist doch egal ja jetzt hast du vertriebenen dammhirsch aber naja gut da ist ja ich habe ihn ja nur gesehen chill mal alter wo denn wo denn wo denn wo denn genau also in die richtung wo ich guck hinterm busch also da ist ja gerade durch den busch gelaufen ja tschüss marvin lass wieder breit aufstellen luca geh du wieder rechts oben an die waldkante ich will jetzt auch mal was schießen hier ja erst mal muss man ja wenn du halt immer in die komplett wenn du halt nie was zieht alter was hat das mit sehen zu tun ja ich bin der einzigste der bis jetzt immer was gesehen hat ich höre den ruf aber steht was kaputt bis jetzt sehe ich nix es ist ja auch weg ist schon längst weg wieder aber alle berge weil ihr rennt ja auch ihr geht immer zu fuß ihr müsst schleichen ich sehe es nico was ist denn die spur abend also ist ja relativ ja da ist hier oben dann aus dem wald aus aufnahme wo ich der typ alter wo ist der homo denn ja irgendwo hier oben im wald wieder rein kann ja nicht noch mal rufen das würde uns alle einfacher machen läuft ein rechten scheiße er läuft irgendwie in alle himmelsrichtungen wer läuft hier auf der spur ich hole mal das fangen das für die ferne wieso geht man sagen dass es kaputt dann mal was rennt ihr eigentlich so ja ich lauf nico ich gerade gerannt nimmt mich mal mit die renne mann gibt es zu schreibt in die kommentare dass sie rennen hallo wir laufen ganz normal wir können es nicht abwarten ich erschieße gar nicht hier unten ist wieder eine spur bei mir ja es wäre gut wenn ich mal schießen da ja da bin bis ich da bin das ist ja immer weiß was ich nehme die schroth in den tannern kann ich schon mal keine distanzschüsse machen zur not müssen wir es mal bei der nächsten runde dann einzeln laufen jeder für sich so wo ist der hin normalerweise machen verteilt man sich ja auch hier ist die spur ich muss euch verlassen ich muss ausmachen in ernst ja okay dann bis zum nächsten mal die freunde jetzt geht es weiter hier also hier die spur wo ich jetzt hier habe ich gehend also läuft er irgendwo genau vor mir wahrscheinlich wahrscheinlich brüllt jetzt gleich genau vor mir und ich habe gerade gebrüllt er geht hier die ganze zeit da muss aber stehen bleiben das blöde fiel ich menschen wir jetzt also jetzt trabte wieder woher weißt du das das steht alles hier bei der spur ach so da steht der name das geschlecht und gewicht und aber läuft geht trabt und traben wir auch mal jetzt sind wir bei unserem stützpunkt dran vorbeigelaufen da sind wir aber nicht weit gekommen bis jetzt nicht hier sind wir nicht gestattet hier geht er wieder er wenn der surf geht irgendwo direkt vor uns als kommen weil wir so viel rennen wir gehen zu schnell zu laut ja mal guck mal alle spuren hier sind gehend er muss doch direkt vor dir sein normal ja und jetzt ja super halte schnauze darf ich wieder abschießen das mache ich mit meinem bogen trifft sowieso nichts was hast du gesagt ich schieße gleich die klöten weg du musst erst mal dran kommen jetzt rennt das reh hinterher oder was nee der damm hier schläft hier genau sag mal der schwind jawohl der soll jetzt endlich mal stehen bleiben das dumme vieh jetzt soll man aufhören hier irgendwie quer durchs gebüsch zu laufen ja ehrlich und soll man auf eine freifläche laufen dann kriegen wir in alle vielleicht ich gehe jetzt hier mal raus langsamer 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 gehen ist da unten irgendwas jetzt da muss er noch sein ja gefunden uhr wo komm her ich seh'n ich seh'n ich seh'n ja halt du sagst mal mal schießen du zählst runter nee warte markier mal soll ich schießen nee warte ich markier für luca alter verdammte scheiße ich seh'n er rennt weg er rennt weg warte ich versuch'n zurück zu call'n hab ihn erwischt hast du getroffen ich hoffe das wenn das wenn der penner mal nicht so zappeln würde mit dem gewehr da geht immer nach oben nach unten nach oben da kann ich mit schiff die luft anhalten toll das sagte mir jetzt erst da haben wir zu lange gewartet ja das räder hinten wieder scheiße habe ich ihn jetzt getroffen oder nicht ich hätte vorhin schießen sollen da habe ich ihn genau und wie sie da hat er ja auch angehalten ja das war zu langsam und dann ist er abgehauen ich hab's aber dann noch mal versucht versuch ist es wert mein lieben freunde oder warum rennt er immer in wald alter kann er nicht mal auf der offenen fläche bleiben da soll man wieder zurücklaufen jetzt soll man zu uns herkommen nicht immer von uns weg das wird er nie machen er hört nämlich die geräusche bei uns da ist er wieder ich sehe nicht hier sind so viele bäume wir laufen jetzt hier direkter weg durchs gebüsch weiß ich wenn ich ihn sehe ja dann sagt schwarzer ist oder schießt also haben wir noch mal so eine freistelle oder so dann ich habe ihm gedacht da wäre was aber das ist nichts habe ich auch gedacht es sah ihm so aus als wenn da irgendwas gewesen wäre entschuldigung dass ich so schön bin aber ich habe ihn noch nicht mal ich habe ihn nicht mal einmal getroffen also nicht mal eine blutschwur hinterlegt oder irgendwas so wie ich nur felix vor allem also war er zu schnell als ich geschossen habe waren schon dran vorbei wahrscheinlich oder noch davor weil ich habe ja ein bisschen nach links gesteuert und dann als er in meinen in meinen dork gedrückt was ist denn bei mir hat gerade irgendwas geraschelt und das nicht gerade leise wir schleichen uns am boden aber warum sind es auch nur so kleine offene flächen wo ist luka luka links von dir das ist so ruhig hier das gefällt mir nicht ja das ist so ruhig dreht sich um und guckt mich an wir hätten hier so eine krater hingelegt ich er ist hier lang er steht hier ja hat man hat ein fall kommt zu mir schnell 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 er steht perfekt er steht perfekt da kommt sofort siehst du schieß 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 drauf ich hab noch mal gesehen man jetzt bleibt noch mal ich musste erst mal das gewehr still halten ja aber jetzt wissen wir wo er ist jetzt wissen wir wo er hin ist entschuldigung dass ich nicht so schnell bin ist ja egal wir haben ihn zumindest wieder gesehen wo ist er der ist hier rechts im wald rein ich hätte ausschießen können aber dann hätte halt völk wieder nichts gehabt ich hätte auch schießen können obwohl ich nicht gesehen habe wie war das noch mal mit luft anhalten hier 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 genau vor uns falk schieß neben schrotflinde komm her ruhe 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 egal der packt hier fest der kommt da nicht weg nehm die schrotflinde stopp bleibt da stehen stopp und schieß einfach am besten direkt die reglung oh ey der packt hier noch so und der halter ist abgestürzt und der halter ist abgestürzt Junge der packt rum vom headshot au alter alter Junge was war das denn kann ich dich aufheben Junge Hä was war denn das der hat sich hier festgepackt und dann hat er uns irgendwie angegriffen lol äh felix hä magst du mich nochmal neu einladen ja habt ihr das eben gerade gesehen meine Freunde alter was war das ich bin nur hingegangen und bin dann gestorben so fällt dann wird man immer geschwinder flug am haus ach du heiland das wusste ich nicht ich dachte ich könnte da rangehen und dann nochmal schießen ist so das habe ich auch gedacht ich wollte da ran und dann schießen ja scheiß ja der hat geschossen ja der hat geschossen aber nichts getroffen dann habe ich geschossen unten ist mein spiel abgestürzt ja ja und danach bin ich zu ihm hingegangen ja und dann war ich mit einmal bin ich umgefallen und lacht er tot ja mich hat er zur hälfte tot gemacht alter jungen jungen ihr hättet von vorne schießen müssen haben wir doch wir haben ihn ja auch getroffen er ist ja dann weiterverpackt du hast nicht getroffen doch danach hey luba wo bist du geile musik ja ne gott jetzt bin ich da wo denn wie was wo denn hier hintergrundsmusik hinter dir ist Luca oh gut oh hat sie ihn erschrocken eben nicht ich wollte das cape drücken ok lass aber dann auf ein neues da aber in die richtung hier komm lass du den feldern ja das weg ja das weg die flasche runter geschmissen weil bei den feldern ist immer was mein stehe hier doch nicht im weg kommen hehehehe hehehehe wann bist du lustig falk aber ich mag auch mal was erlegen mit meinem bock aber ich mag auch mal was erlegen mit meinem bock ja wenn da drei Rehe sind nimmt jeder eins hehehehe wenn da drei Rehe sind ja hauptsache drei Viecher dann müssen wir auch gleichzeitig schießen nein nein wirklich ich sehe nix mehr mit meiner kann man die vögel auch runter holen von oben nein doch kannst du sie fliegen zwar runter aber du kannst sie nicht verwerten genau so wie ein fuchs ja ein fuchs kann ich verwerten fuchs wird ausgestopft laufen wir überhaupt in die richtige richtung ja wir müssen ein stück weiter links also hier ist so ungefähr ja meine pfeile sind irgendwie voll gefährlich das ist wie man da rasierkling dran gemacht hat ihr lauft falsch was ich ich bin gar nicht wir sind direkt neben dir ja jetzt stimmen unsere richtung wieder das war ja so geplant wir machen Richtung Westen ja ah das sind Spuren vor mir sag mal von was es ist hey Reh na los dann gehen wir die Rehe jetzt mal her hier ist ein Reh gehend ja aber wenn die scheiße sehr alt ist bringt es auch nicht viel ist sie sehr alt nee frisch aber ich will trotzdem erst auf die Felder gehen weil da haben wir doch bessere Chancen hier läuft falsch weiter rechts ja Richtung Westen hier läuft falsch weiter rechts ja wir sind noch unterwegs so wie ich ja 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 was war das denn der Bogen der Bogen ah da ist der Schlafplatz drrr drrr wie so ne Maschinengewehr können wir jetzt nicht drei Rehe schlafen dass wir mal drei Stück abschießen können wer am besten Luga kann schon aufhören bin ich ich grrr grrr ich weiß die Rehe ist so ja hier sind Spuren wie Massen das ich ziehe den Bogen und wie sie immer guck mich mal an ich will sie ja nicht an und drückt ganz schnell hintereinander achso guck mal kannst du nicht mal deine Mütze waschen wer ich ja ey lass die sieht die sieht schon so alt und auch verbraucht aus du hier ist kein einziges Tier alter du hast sogar eine Regenjacke an du mein lieber Mann ja lass los komm also das ist selten kein einziges Tier echt nicht außer Vögel man kann ja auch hier oben auf dem Hochsitz sich hinsetzen und warten bis was kommt ja viel Spaß es braucht eigentlich nicht lange wenn sie lockst ja toll und wo ist dann Falk und ich jetzt hin ihr setzt euch hier unten in dem Hochsitz so complete sogenannte so jetzt habe ich die Rehe ver nun verscheicht wo wäre Reh hier wie wollte jemand Luft anhalten Dent D deixe du jetzt öfters Fragen Was ist, wenn ich das die ganze Zeit mache, dann sterbe ich, oder was? Nee, dann hast du halt keine Luft mehr. Bewegen tut er sich trotzdem noch. Aber nicht mehr so stark. Luca, hammer du auf, du lockst damit keine Rehe. Lock damit Hirschhörn. Nein. Doch. Geht dabei, es ist ein Hirschhörn. Was, Hirmin? Das ist aber nicht für Dammhirsch. Das ist für Weißwedelhirsch und sowas. Hirsch und Hirsch ist das gleiche. Ach so, das ist ein Spray, ups. Ja. Was ist das? Was ist das denn hier? Da, Falk, kannst du auf dem Hochsitz machen. Alles klar, mach ich. Heißt du, Falk? Ich wollte Falk. Was denn hier unten? Muss ich mir aber ganz dicht angucken. Muss wahrscheinlich erst E drücken. Komm nicht da rauf, Mensch. Ja, ach echt. Guck mal hier hin auf die Leiter und drück E. Wenn du oben bist, komm ich nicht rauf, oder was? Richtig erkannt. Nicht bei dir noch. Ich stehe da ein Reh. Kann ich? Leistung muss... Was? Leistung? Was stand da hin? Du, warum sind hier keine Viecher, Alter? Leistung muss sich lohnen, unsere X. Ich komm nicht rauf, weil du da oben bist. Ach was? Ja, komm mal runter da. Siehst sowieso nix von oben. Nein, bleib mal da. Ich guck hier mit einem Fernglas mal. Mal sehen. Ja, aber wir laufen mal weiter. Links oder rechts weiter? Links. Ja, jetzt nicht gleich in den Reh. Komm, schieß den Vogel vom Himmel. Wallach, komm. Hey, dreh dich mal um, Luca. Immer aufhören zu schießen. War nicht ich. Nein, gar nicht. Ich schieß den Vogel runter. Getroffen? Nee. Doch. Doch. Sag da jetzt nur so. Du, ich hab getroffen, aber das kommt nicht rund. Dreckig, aber... Ach doch, hier ist es so. Ich hör auf, ich treffe hier nix. Kommt jetzt hier. Ich schieß euch beiden. Ich bin hier weg. Ich schieß... Da schieß ich Falks hier weg. Und dann... Hey, da schießt mich nicht. Die Vögel trifft mich nicht. Falks ist ein ungültiges Ziel. So. Ups. Guck mal, meine Waffe. Die ist schön, ne? Jetzt wird's noch dunkel. Oh, jetzt wird's auch noch dunkel gleich. Oh, das ist gut für mich. Das ist gut für mich. Vor allem dunkel. 8 Uhr. Ey, ich bin noch nicht richtig ausgeschlafen. Ich brauch zu lange, um meine Dinger zu wechseln. Das muss wie bei Fortnite gehen. Ruckzuck. Also, wenn jetzt bis Viertelmix da ist, Alter, dann brechen wir die Aufnahme ab. Das hat keinen Sinn. Das heißt, abbrechen. Wir müssen eh jetzt gleich zum Ende kommen, meine Freunde. Ja, aber länger aufnehmen hat dann keinen Sinn. Nee, länger aufnehmen hat keinen Sinn. Wir müssen gleich sowieso zum Ende kommen. Wir haben nur noch eine Minute. Ich lauf jetzt mal hier lang. Kann ich Falk, die Birne wird kommen. Hier war ein Medrascher unterwegs. Das sehe ich mit bloßen Augen. Ich hätte gedacht, hier war ein Auto unterwegs. Das kann auch noch nicht lange her sein. Nee, hier war ein Falk unterwegs. Hier sind auch keine Spuren, also hier wird nichts sein. Ja, hier ist gar nichts. Hier werden wir ins Leere rumlaufen. Hier ist. Aber das ist selten, dass hier keine Spuren sind. Ja, ich habe die alle verschossen. Tja. Einfach mal im Aller laufen. Hier ist vielleicht nachts was los. Rechts! Äh, Fuchs! Wolltest du da herlaufen? Ja, google. Ja lass uns mal Fuchs jagen. Ja, lass mich mal Fuchs jagen. wurde schossen. Ja, fuchs jagen? Ja, such! hier vielleicht kommt er raus ja genau ja warte hier ist der letzte skitz muss machen ich stelle mir jetzt hier auf den stein und wird bis ein tier kommt so und wir kommen jetzt zum ende meine lieben freunde ja doch wir müssen leider deswegen würde ich sagen wir bedanken uns mal wieder ganz herzlich fürs zuschauen ich hoffe es hat viel spaß gemacht schade ich wollte hier rauf auf die ballen ich kann auf die ballen klettern wie geil ich kann mein ding hier nicht hinstellen was dein ding was ist das ein hochsitz als ob du ein hochsitz dabei hast alter den kann man sogar ausklappen mein lieber mann das ist aber schnell aufgebaut drückst du einen knopf und zack ist alles ausgeklappt der lacht sich tot ja okay meine liebe freunde ich würde sagen dass da für jeden fall like da wir hören uns dann beim nächsten mal in der nächsten folge hier wieder zurück und ja wer unseren kanal noch nicht abonniert hat kann das gerne tun kostenlos und das von allen dingen lasst auf jeden fall leichter und bewundert noch mal hier den schönen hochsitz oder bewundert den komischen fall okay also bis die denne dann tschüss reingehauen und bis bald bis die denne sagt noch mal tschüss bis die denne dann heißt das hast du gesagt also so bis die denne ja ist so das sage ich ja also super ciao